Werde zum wahren Parkgenie in Einparkprofi und manövriere deinen Wagen selbst in die kleinste Parklücke. Schaffst du es, ohne die anderen Autos zu berühren? Hole in Busparken 3D deine Fahrgäste von der Haltestelle ab und parke deinen großen gelben Bus exakt ein. Lass dich von der tollen 3D-Optik und den verschiedenen Perspektiven begeistern. Erlebe jede Menge Spielspaß auf der Baustelle in Park meinen Truck. Meistere knifflige Einparkmanöver und umfahre geschickt das Baumaterial. Schon mal ein SWAT-Team transportiert? Bringe die Eingreiftruppe in Polizeiautosparken zu ihrem Einsatzort und parke auch deine Streifenwagen gekonnt ein. Rasante Fahrten zu brennenden Gebäuden erwarten dich in Feuerwehrwagen 2. Finde auch hier die richtige Einparkposition, um das Feuer zu löschen und das Spiel zu meistern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017